Ich bin die Larissa, ich bin 21 Jahre alt und ich habe ein Cochlea-Implantat, mit dem ich wieder hören kann. Mit meiner einseitigen Taubheit war ich sozial sehr eingeschränkt. Ich habe mich an Gesprächen mit meinen Freunden nicht beteiligen können, weil ich sie nicht verstanden habe. Und seit ich mein Cochlea-Implantat habe, geht es wieder viel besser. Vielen Dank.